Hallo liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. Sommerpause, die gibt es bei uns nicht. Wir ziehen Zwischenbilanz für jedes Team. Acht von zehn Teams haben wir schon durch. In diesem Video behandeln wir noch die letzten zwei, Mercedes und Ferrari. Und wir beginnen beim einstigen Dauerweltmeister, beim schwarzen Silberpfeil, beim F1W14. Bei der Präsentation, da gab es zwei Aha-Momente. Einerseits die Farbe schwarze ist wieder zurück, nur aus Gewichtskröten. Man will damit nichts mehr symbolisieren, sondern man will einfach Performance gewinnen, also keine Farbkilogramm verschenken. Dazu die Seitenkästen, ein viel diskutiertes Thema aus der Vorsaison. Mercedes haben seit diesem Update zum Bahrain-Test 2022 ohne Seitenkästen unterwegs gewesen. Viel wurde es kritisiert, aber man ist dem Konzept zunächst einmal treu geblieben. Er hat die Zero-Side-Pod-Variante gelassen und ist in Bahrain angekommen mit ähnlichen Problemen wie in der vergangenen Saison. Zumindest was die Performance angeht. Das lästige Porpoising, das hatte man in den Griff bekommen. Und da ging man ja davon aus, dass das der Grund dafür ist, wieso man die eigentlich wahre Performance des Autos nicht zeigen konnte. Schon am Ende der letzten Saison wurde allerdings offensichtlich, dass Porpoising nicht das einzige Problem war. Je mehr man dieses Porpoising loswurde, desto mehr hat sich gezeigt, dass die Performance eben nicht da war. Und da hat man 2023 nahtlos dran angeschlossen. Das Auto ist nicht mehr rumgesprungen, aber es war einfach nach wie vor langsam. Dazu kam bei Lewis Hamilton noch das Fahrgefühl, das ihm überhaupt nicht gepasst hat. Er hat geklagt, dass die Sitzposition zu weit vorne ist. Er hat gesagt, er sitzt ja fast auf der Vorderachse. Ja, von allen Piloten im Feld sitzen die Mercedes-Fahrer wahrscheinlich schon am weitesten vorne. Aber ganz so dramatisch, wie Lewis Hamilton getan hat, war es dann nicht. Einen Trend konnte man nicht wirklich entdecken. Es war einfach zickzack. Mal lief es, mal lief es weniger. Man konnte keine Streckencharakteristik ausmachen, die dem F1 wie 14 besser oder schlechter gelegen hätte. Es ging einfach drunter und drüber. Mal war man gut, mal war man schlecht. Wobei das Gut war halt auch so, naja, das ist nicht das Gut, das sich Mercedes erhofft hatte. Deswegen fällt es schwer, von einer Diva zu sprechen im Sinne von Toto Wolf. Denn Toto Wolf hat ja die alten Mercedes-Boliden gerne mal als Dieben bezeichnet. Allerdings nur, weil sie halt schwierig in den Sweetspot zu bringen waren. Dieser F1 wie 14, ja, man bringt ihn vielleicht schon in den Sweetspot. Aber der Sweetspot ist halt wo ganz anders als der Red Bull. Und deswegen ist es eigentlich keine echte Diva, weil dafür ist es zu schlecht. Eine Diva performt auch mal richtig gut. Das Einzige, wo der F1 wie 14 tatsächlich öfter mal ganz gut war, war im Renn-Trennen. Qualifying-Performance vor allem zu Saisonbeginn ein großes Problem. Man hatte offenbar Probleme, die Reifen ins richtige Temperaturfenster zu bekommen. Dann allerdings im Renn-Trennen war der Reifenabbau nicht so stark wie bei der Konkurrenz. Dann konnte man die Stärke etwas ausspielen, aber natürlich immer noch nichts im Vergleich zum Red Bull. Dann kam es, das lang ersehnte große Update. Imola sollte es Premiere feiern. Imola wurde ja dann leider abgesagt, wir mussten auf Monaco warten. Und dann waren sie da, die Seitenkästen. Mercedes hatte nach anderthalb Jahren tatsächlich entschieden, das Zero-Sidepot-Konzept wird ad acta gelegt. Man hat es eigentlich schon ein bisschen früher entschieden. Man entscheidet das ja nicht und am nächsten Tag ist es am Auto. Nein, in Bahrain am ersten Wochenende, als es offensichtlich wurde, dass man bei der Performance so weit hinten ist, hat man sich dazu durchgerungen zu sagen, okay, wir müssen ein anderes Konzept verfolgen. Wobei Mercedes immer noch darüber streitet, was jetzt genau ein Konzept ist und ob die Seitenkästen da wirklich so wichtig sind oder ob es einfach nur der Unterboden ist. Und in Barcelona konnte man dann zum ersten Mal die Früchte davon tragen. Monaco, einzigartiges Rennen, ganz andere Charakteristik. Da weiß man nicht wirklich, was ein Update bringt. Dann in Barcelona sah es so aus, das war ja das Rennen direkt danach, als würde dieses neue Auto funktionieren. Plätze 2 und 3 für Lewis Hamilton und George Russell im Renn-Trim richtig gut unterwegs gewesen. Nächstes Rennwochenende in Kanada, das sah es auch gut aus. Ja, aber dann, die nächsten Rennwochenenden ging es wieder bergab. Verstappen fährt nach wie vor in einer eigenen Formel 1. Wie Toto Wolff meinte, der Rest fährt in einer Formel 2 und so auch Mercedes. Es war ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Man wusste nicht so richtig, was dem Auto jetzt gut liegt, was nicht. Das Einzige, was ich nach dem Update sagen ließ, ist, dass Lewis Hamilton ein bisschen besser damit zurechtkommt. Die Hinterachse ist so ein bisschen die Achillesferse sehr instabil. Lewis Hamilton kommt damit besser zurecht als der Teamkollege. Vor allem jetzt nach dem Update. Man kann einen Trend erkennen, dass George Russell immer mit ein bisschen mehr Abtrieb fahren muss als Lewis Hamilton. Das bringt ihm dann zusätzliche Probleme. Also zumindest bei Hamilton konnte man Probleme aussortieren. Bei George Russell wurden es ein bisschen mehr. Insgesamt lässt sich aber sagen, auch das groß ersehnte, lang ersehnte Update. Es ist nicht der Game Changer für Mercedes gewesen. In Spa hat man ein zweites großes Update gebracht, da am Unterboden hauptsächlich. Ja, der Seitenkasten wurde auch nochmal ein bisschen anders, aber die größte Änderung war am Unterboden. Und siehe da, das Bouncing war tatsächlich wieder zurück. Es war ein ganz schwieriges Wochenende gewesen dann für Mercedes. Man ist sich nicht so richtig sicher, ob es jetzt an dem Update lag, dass das Bouncing zurück war. Aber jedenfalls war das Ganze so schlimm, dass man Lewis Hamilton in der Blanchimo teilweise nicht mal Vollgas fahren konnte. Ja, auch im Renntrim hat man die wahre Stärke verloren. Das war ja davor, so konnte man sagen, wenn die Qualifikation mal in die Hose ging. Im Rennen kann man dann richtig wieder was wettmachen. Ins Spa war es dann so, man war im Renntrim nicht schneller als der Ferrari. Es wirkt einfach so, als wäre es ein richtiges Stochern im Nebel. 2022 war Mercedes Konstrukteurs Dritter, hatte aber bis zum 12. Saisonrennen, da sind wir auch jetzt angelangt, 270 Punkte eingesammelt. Jetzt ist man immerhin auf Platz 2, hat aber tatsächlich weniger Punkte, nämlich 247 Punkte. Was bleibt von der bisherigen Saison 2023 für Mercedes? Ein Auf und Ab, auch das lang ersehnte große Update hat nicht wirklich Abhilfe geschaffen. Man weiß, es lag also nicht nur an den Seitenkästen, möglicherweise auch, aber nicht nur. Und die ganz großen Früchte dieser Arbeit des neuen Konzepts, die kann man möglicherweise erst im nächsten Jahr ernten. Wieso? Das schauen wir uns auch gleich noch mit dem Ferrari an. Ja, Ferrari ist unser letztes Team, das wir hier beleuchten wollen bei dem Halbjahresfazit. Und ich gehe mal ein bisschen mehr als ein Jahr zurück. Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Worte des damaligen Ferrari-Teamchefs Mattia Binotto, als Charles Leclerc in Frankreich abgeflogen ist, eigentlich da noch um die WM gekämpft hat. Und dann hat Mattia Binotto etwas ganz Entscheidendes gesagt. Er meinte, er sieht keinen Grund dafür, wieso Ferrari nicht noch alle Rennen in dieser Saison gewinnen sollte. Das Ziel für das nächste Rennen, das war damals Ungarn, das wäre kein Sieg, sondern ein Doppelsieg. Die Geschichte hat ihn leider eines Besseren belehrt. Null Siege sind es seither. In der zweiten Saisonhälfte 2022 stand Ferrari immerhin noch neunmal auf dem Podium. In der ersten Saisonhälfte 2023 stand Ferrari insgesamt nur dreimal auf dem Podium. Von Siegen ist man meilenweit entfernt. Mit der Konstrukteurs-WM ist man von Platz 2 auf Platz 4 abgerutscht. Also wer hätte das gedacht, dass die zweite Saisonhälfte von Ferrari 2022 immer noch besser war, als das, was man jetzt 2023 in der ersten Saisonhälfte gesehen hat. Es gibt mehrere Probleme am F1 75. Konstanz ist so eine ganz, ganz entscheidende Sache. Man packt die Medium-Reifen drauf und es funktioniert. Dann packt man die harten Reifen drauf und es funktioniert nicht. Im nächsten Stint ist es genau umgekehrt. Und die Ingenieure, sie sind ratlos, sie wissen nicht wieso. Von Strecke zu Strecke schwankt die Performance stärker. In Aserbaidschan stand Charles Leclerc zum Beispiel auf Pole Position. Es lief richtig gut. Ja gut, im Rennrim dann auch wieder weniger. Und am nächsten Rennwochenende läuft es dann wieder gar nicht mehr. Zusätzlich ist das Fahrverhalten des F1 75 sehr, sehr knifflig. Es ist ein spitzes Auto. Also das heißt, der Grenzbereich ist sehr, sehr schmal. Es funktioniert dann ganz gut, ist dann ganz schnell. Aber die Fahrer, die müssen natürlich einiges wagen, um in diesen Grenzbereich reinzukommen. Und wenn sie dann den Grenzbereich nur geringfügig in die falsche Richtung verlassen, dann passiert das, was wir bei Charles Leclerc schon des Öfteren gesehen haben. Dann folgt ein Abflug. Gleichzeitig ist eben das Rennen das ganz große Problem. Denn da maskieren die frischen Reifen, der Extra-Grip der Reifen, nicht mehr die Probleme. Und deswegen geht es dann regelmäßig im Rennrim deutlich nach hinten. Für Ferrari ist etwas, was sich schon wie ein roter Faden durchzieht seit der letzten Saison. Und wie sieht es bei der Entwicklung aus? Naja, Platz 9, wenn man sich die Updates anschaut. Nur 15 Updates gab es in der bisherigen Saison. McLaren zum Vergleich auf Platz 2 in dieser Liste. 30, also doppelt so viele. Alfa Tauri, Spitzenreiter 41. Für alle, die die bisherigen Videos noch nicht gesehen haben bei unserem Zwischenfazit, sei gesagt, diese Statistik ist ein Indikator, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Denn die Teams bestimmen die Punkte selbst in der FIA-Liste, in der die ganzen aerodynamischen Updates aufgelistet sind. Ja, sie müssen alle Updates angeben, aber wie sie dann kategorisieren, das obliegt den Teams. Und deswegen ist das ein Anhaltspunkt, sagt aber nicht schwarz auf weiß. Ferrari hat nur halb so viele Updates gebracht wie McLaren und fast nur ein Drittel davon, was Alfa Tauri gebracht hat. Aber es zeigt schon, dass Ferrari hier bei der Entwicklungshitlist relativ weit hinten angesiedelt ist. Und das haben wir übrigens so auch schon in der vergangenen Saison gesehen. Trotzdem hat es Ferrari geschafft, ein größeres Update zum Spanien Grand Prix zu bringen. Man hat es lange verheimlicht. Ich habe Fred Wasser oftmals damit geärgert und genervt wahrscheinlich auch. Nach einem Konzeptwechsel gefragt, weil Ferrari das einzige Team war, abgesehen jetzt mal vom Haas, aber da nehmen wir die Verwandtschaft als Entschuldigung, das noch auf einen Seitenkasten nicht nach dem Downwash-Prinzip gesetzt hat. Dann in Spanien, dann kam das Update. Der Seitenkasten hat jetzt einen stärkeren Downwash, aber noch lange keine so entschiedene Rampe, wie es die Konkurrenz hat. Hat es was gebracht? Naja, man wollte hauptsächlich die Gutmütigkeit des F1-75 hervorheben. Also dieses spitze Fahrverhalten, dieses knifflige, das wollte man abschaffen. Die Ingenieure sagen, ja, es wurde besser. Die Fahrer sagen, nee, es wurde eigentlich nicht besser. Renntrim ist natürlich die ganz, ganz große Achillesferse und die konnte man auch nicht wirklich ausräumen. Wir erinnern uns zum Beispiel zurück an Silverstone. Ein wahres Debakel, was Charles Leclerc und Carlos Sainz da im Rennen erlebt haben. Ja, es gab dann auch wieder so Ausreißer nach oben, wie zum Beispiel Spa. Da lief es auch im Rennen ganz ordentlich, aber man weiß nicht wieso. Und man kann keinen Trend erkennen. Der einzige Trend, den man vielleicht erkennen könnte, ist, dass Ferrari dreimal in dieser Saison auf dem Podium stand. Und alle dreimal war es an einem Sprintwochenende. Jetzt könnte man sagen, Ferrari hat sehr, sehr gute Simulationen. Das Auto kommt dann auf die Strecke und es funktioniert schon. Man könnte aber auch sagen, Ferrari verpasst es dann am Wochenende, den Schritt zu machen. Oder das Auto funktioniert einfach generell schon ganz gut. Aber es fehlt dann einfach die Entwicklungsmöglichkeit nach oben an einem anderen Wochenende. Auch bei Ferrari sieht es aus wie bei Mercedes ein Stochern im Nebel. Bei Ferrari jetzt seit einem Jahr, bei Mercedes seit anderthalb Jahren. Bei Ferrari ist es so, ursprünglich war man ja in dieser Regelperiode schon mal auf einem ganz guten Weg. Hat den aber irgendwie verloren. Und deswegen ist es natürlich besonders bitter. Ich habe euch schon angedeutet bei Mercedes, dass man vielleicht erst im nächsten Jahr so richtig die Früchte davon tragen wird, das Konzept gewechselt zu haben. Ähnlich kann ich es mir auch bei Ferrari vorstellen. Wieso? Wir haben das in einzelnen Videos schon öfter mal erläutert. Es gibt ja zum Beispiel die Crash-Strukturen am Chassis, die seitlichen Crash-Strukturen. Und die kann man über die Saison hinweg nicht ändern. Da muss man wirklich die Winterpause abwarten. Da sind dann wieder Crash-Tests nötig und so weiter. Das Chassis muss an entsprechenden Stellen verstärkt werden. Und diese Crash-Strukturen, die verbauen einem das aerodynamische Konzept ganz ordentlich. Je nachdem, wo die Crash-Struktur da platziert ist. Bei Ferrari ist sie zum Beispiel deutlich, also die untere, deutlich über dem Unterboden angesiedelt. Deswegen ist die vom Seitenkasten mit verkleidet. Man sieht eine Beule. Bei den anderen Teams ist sie überall im Unterboden mit integriert. Der Mercedes hat sich mit der oberen Crash-Struktur in ein Nest gelegt, in dem man da den Seitenkasten nicht so richtig integrieren kann. Man hat immer noch diesen einzelnen Flügel oben drüber. Also das sind Sachen, die kann man erst über den Winter wirklich ändern. Dazu auch noch Hinterachskonzept ist so eine Sache, die auch auf das aerodynamische Konzept angepasst werden muss. Und deswegen wird wahrscheinlich 2023 für beide Teams noch ziemlich schwer werden. Ja, wer ist die größere Diva? Der Mercedes oder der Ferrari? Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ins Printmagazin haben das meine Kollegen schon geschrieben. Es gibt einen ausführlichen Artikel über den Kampf hinter Red Bull, über den Cup der Verlierer, wie Franz Beckenbauer es so ausdrücken würde und auch unser Chefredakteur Stefan Heublein. Mercedes und Ferrari sind die Speerspitze im Cup der Verlierer. Aston Martin zwar punktemäßig noch ein bisschen vor Ferrari, aber mit dem Trend etwas in die andere Richtung. Wenn ihr diesen schönen Magazinartikel und noch viel mehr lesen wollt, lege ich euch die aktuelle Printausgabe ans Herz. Link dazu wie immer in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, euch hat auch der letzte Teil unserer Team-für-Team-Bilanz in der Sommerpause gefallen. Nicht mehr allzu lange warten, dann geht es schon wieder los mit Racing.